ja grüßt euch zu dem heutigen video hierbei bbg aquaristik leben und heute geht es mal hier um ein lido 120 und da möchte ich mit euch die vor und nachteile einmal schön durchgehen wie ihr wisst und jetzt hier auch gerade aktuell seht habe ich ja mein lido 120 ja jetzt mittlerweile knapp zwei jahre und konnte denn somit natürlich jetzt hier auch eine menge erfahrungen sammeln und habe auch vieles erlebt ja grundsätzlich ist das lido 120 natürlich also es wirkt tatsächlich größer als es im endeffekt ist ja ein paar vorteile jetzt mal zum beginn hat wirklich eine sehr gute verarbeitung finde ich persönlich hat eine gute handhabung also beim füttern das lässt sich alles super hier vollziehen durch die klappen auch oben die ihr dann später noch sehen werdet man kann es auch gut reinigen da es ja eben nur 60 cm kantenlänge hat ist 58 cm hoch und 41 cm tief und somit in ein volumen von brutto 120 liter ja ist ein kleines kompaktes aquarium im prinzip von der firma juwel ich persönlich finde das preis leistungsverhältnis exzellent auch jetzt hier gerade zu sehen die einsparung für den fotoautomaten diese plugins im quasi oben in der abdeckung mit drin verarbeitet finde ich eine super lösung ja preis leistungsverhältnis wirklich perfekt man bekommt zurzeit mit unterschrank und komplettpreis zwischen 290 bis 350 euro und das finde ich doch dann schon eine tolle sache muss ich sagen was man denn dafür auch geboten bekommt wenn man jetzt es ist auch wirklich sehr sparsam vom stromverbrauch also die energie sparsamkeit ist hier auch gegeben es ist inklusive ein heizer ein filter die lampe ist mit inklusive jetzt hier der unterschrank ist ein kleines manko finde ich persönlich ist zwar gut aber doch ein bisschen wackelig in der angelegenheit also von der qualität her nicht so gut hat auch nicht so viel platz jetzt hier man sieht keine co2 flasche kann man hier unterbringen und auch keinen im prinzip außenfilter findet hier auch sehr schlecht platz je nach größe natürlich die druck die druck von den türen zum schließen klemmen auch an einige also manchmal eben ja aber jetzt hier finde ich doch sehr positiv eben diese wasserstandsanzeige im inneren man sieht sie von außen eben nicht aber man weiß hier wirklich wann der mindest wasserstand sein muss und das maximale auch in verbindung mit dem in filter das ist natürlich jetzt auch dann gleich wieder ein nachteil für viele für mich persönlich jetzt nicht der in filter ist ihm fest eingebaut was wieder vorteil ist jetzt hier zu sehen ist gut geeignet auch für mehr wasser da kann man denn eben den abschäumer da oben raus gucken lassen die einsparungen einkerbungen hier hinten sind sind auch positiv finde ich damit können sich die ganzen kabellagen eben oder auch schläuche denn schön unsichtbar verlegen lassen jetzt hier der in filter macht hier auch eine ordentliche strömung allerdings bildet sich hier oben auch eine kam haut definitiv warum auch immer das ist ein rätsel für mich und und deswegen ist ein skimmer definitiv hier von nöten meiner meinung nach ein wie gesagt denn kann man als vor oder nachteil sehen jetzt hier die lampe ich habe ja hier die helia die helia lux spektrum mir gekohlt die rgb lampe und die kann man hier super verschieben der in filter da ist eben schon inklusive heizer wie gesagt und auch die pumpe lässt sich hier gut verstecken ja und apropos filter den finde ich persönlich ja sehr sehr gut also ist ja schon wie ein außen filter im prinzip auch bestückt und macht auch diese leistung jetzt hier mal im überblick der die zwei körbe unten eben halt der filter korb mit ja die den groben filter zwei schwämme denn die nummer fünf da macht man eben den bio material in den korb rein denn nummer vier ist denn und der obere korb bestückt mit einem groben filter nitrat filter kohle filter und die filter watte finde ich doch sehr schön kann man alles hier auch super plug and play sich holen optional noch ein korb dort oben mit einfügen um zum beispiel phosphat ex oder so was rein zu machen um die phosphat werte eben tief zu halten also ich persönlich schwöre auf den in filter verlinke ich hier oben mal habe ein extra video dazu gemacht mit meinem aufbauen wie man ihn reinigt kann ich nur sehr empfehlen ja wie gesagt ist eben auch für mehr wasser geeignet die vorrichtung für futter automat haben war als vorteil keine unterleg matte ist notwendig denn der rahmen unten ist halt mit seiner schwebe funktion quasi die leds sind auch erweiterbar also als vorteil man kann eben auch andere 60 cm breite lampen denn oben anbringen denn allerdings ohne diese abdeckung ja viele gute plug in place gibt es wie zum beispiel den skimmer garnelenschutz lufteinströmung kann man an dem auslauf integrieren und der futter automat der da oben auch festen platz findet als contra jetzt noch finde ich ist natürlich ziemlich hoch mit 58 cm also die reinigung des bodengrundes dann ist man schon mit dem arm komplett drin kann man als vor oder nachteil sehen ja die karmhaut hatte ich schon als nachteil genannt ja und was ich noch nicht so schön finde 120 liter sind zwar viel aber durch die 60 cm kantenlänge hat man natürlich schon auch nur eine geringere auswahl an fischen die man hier denn halten kann weil er viele natürlich schon zwar mit 60 cm kantenlänge gut auskommen aber ja ob das jetzt denn also klar mehr ist halt immer besser für den fisch und da muss man eben schon schauen und deswegen ist man da so ein bisschen eingeschränkt ich persönlich halte hier meine salmler habe auch schon ein pärchen schmetterlings buntbarsch gehalten das geht allerdings merke ich auch dass die salmler jetzt hier die blutsamler und meine schmucksamler schon mehr platz bräuchten ja wie gesagt im endeffekt ist es wirklich ein super kompaktes aquarium set was man für jeden anfänger wirklich empfehlen kann ich bin im prinzip sehr zufrieden die nachteile sind für mich eher sekundär also ich komme hier mit super aus bin sehr zufrieden kann es wirklich jedem nur empfehlen wenn man natürlich den infilter jetzt als großen nachteil denn sieht hier habe ich es noch mal jetzt für euch aufgeteilt die wichtigsten vor und nachteile aber wie gesagt den infilter kann man auch rausnehmen lassen aber das würde ich denn nur vom fachmann machen lassen ja dann bedanke ich mich auch heute dass ihr wieder zugeschaut habt hier noch ein video die playlist von meinen ganzen ja aquarium techniken und eben das video zu dem filter denn bis nächste woche ciao